Ein Angry Birds Case für das iPad 2 von Gear 4 Ganz neu reingekommen, ist glaube ich noch gar nicht im Handel Oder es kommt jetzt die nächsten Tage wohl bei Amazon und dergleichen rein Ich packe es mal aus Es ist eigentlich nichts anderes als eine robuste und schön bedruckte Plastikrückenschale für das iPad 2 Sitzt das halt drauf, ihr habt Aussparungen von Lautsprecher für Tasten, Kamera und dergleichen Also ihr könnt es drauf lassen Um das anzulegen, gehe ich am besten hier mit den Tasten mal rein Und dann klippe ich das so fest Zack und es sitzt wirklich gut drin Es sitzt so gut drin, das kann ich euch gleich sagen, dass es verdammt schwer ist das wieder abzukriegen Aber es geht Ich habe nur immer Angst, dass es kaputt macht dabei und ich möchte es ja noch verlosen Ja und es sieht einfach nett aus Wenn man Angry Birds mag Und das iPad ist zumindest von hinten her recht robust geschützt Also es ist eine feste Kunststoffhülle Es steht leicht über hier vorne, über die Ränder Das heißt, ihr habt vielleicht einen minimalen Schutz auch für die Scheibe Wenn das jetzt flach auf den Boden klatschen lässt Ich mache das nicht, weil ich traue dem Frieden nicht Aber es ist zumindest mal einigermaßen gut geschützt Lässt sich nicht zusammen mit dem Smart Cover verwenden, falls da jemand fragt Es schließt halt seitlich auch kompakt ab Geht einfach um den Schutz der Rückseite und um die nette Optik Alles weitere im Artikel, bis dann Und dann geht es mir wieder auf den Boden klatschen Und dann geht es mir wieder auf den Boden klatschen